Heute für euch wieder ein schönes, dieses Mal wirklich kleines Workout, aber es ist alles dabei und es wird euch auch ganz schön fordern. Manche finden es vielleicht nicht ganz so toll, aber ja, es sind mal wieder Burpees dabei. So, wir denken uns mal wieder die Langhandelsstange und machen Langhandel Burpees, Strecksprünge und Leg Levers. Also haben wir hier eine Ganzkörperübung, Beine und viel Bauch. 21 Wiederholungen, alles durch, 15 alles durch, 9 alles durch und dann zum Abschluss nochmal eine Dreierserie, alles durch. Keine Ahnung wie lange es dauert, ich werde es jetzt machen und danach seid ihr dran. Keine Ahnung wie lange es dauert, ich werde es jetzt machen. Keine Ahnung wie lange es dauert, ich werde es jetzt machen. Keine Ahnung wie lange es dauert, ich werde es nicht machen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020